Hallo ihr großen und kleinen Träumer da draußen, mein Name ist Damakasch und du siehst den Uploadplan vom 27.02. bis zum 5.03. Ja, die Woche wird vollgepackt, wie man hier schon unschwer erkennen kann. Wirst du sehen von Montag bis Freitag. Arg läuft weiterhin, also das Projekt wird weitergehen und hoffentlich kriege ich mein Haus noch ein bisschen ausgebaut. Vielleicht kriege ich auch noch ein Dino gezähmt. Jedenfalls ist das so mein Plan für die Woche. Wie gewohnt Star Stable ebenfalls von Montags bis Freitags mit den unterschiedlichen Projekten wie den Update-News, Quest-Folgen, Club-Tagebuch und den Lach-und-Sach-Geschichten. In Nightmares from the Deep, das verfluchte Herz, versuche ich weiterhin meine Tochter irgendwie zu retten und komme endlich bei der Totenkopf-Insel an. Aber es ist gar nicht so einfach, Captain Remington zu stellen. Mittwoch dann außerdem eine neue Folge von der Träumer-Post. Es ist einiges am Post wieder bei mir angekommen und du siehst, ja, wieder ein Video, wie ich sie vorlese. Und dann, du kannst dir die Bilder angucken, die ich bekommen habe und so weiter und so fort. Das also am Mittwoch. Samstag und Sonntag ist dann natürlich auch wieder Zeit für die Sims 4. Ja, zum einen ist da natürlich noch die Familie Träumerlein. Mal gucken, ob Lea die ganze Familie auf den Kopf stellen wird. Und auch da Marias mit am Start ja ihren Sarg bekommen hat, wird sie darin wunderbar nächtigen. Wir werden es sehen bei den Sims 4. Ja, ganz neu am Samstag und Sonntag ist The Legend of Zelda Breathe the Wild. Ja, das neue Zelda-Spiel kommt raus am Freitag und Samstag und Sonntag kommen dann auch gleich die ersten Videos. Das geht dann auch die Woche drauf weiter. Das siehst du dann aber im neuen Upload-Plan. Dann komme ich natürlich auch noch zu den Streams montags, wie gewohnt, Movie Star Planet. Am Dienstag kommt die nächste Folge von Life is Strange und ich liebe dieses Spiel wirklich sehr. Am Mittwoch siehst du wie gewohnt den Star Stable Online Stream und am Donnerstag werde ich mit Eisenseele wieder eine Runde Try'n spielen. Wobei ich glaube, dass wir das Spiel den Donnerstag fast fertig bekommen. Freitag steht dann wieder das Rennen in Alisha Online an. Ich weiß nicht genau, ob ich es bis 17 Uhr schaffe, aber das sollte klappen, weil ich noch unterwegs bin, das Spiel zu holen, was dann abends gestreamt wird. Und du siehst schon hier verdeckt von der Damakash The Legend of Zelda. Kommt da nämlich auch als Stream. Ich starte in das Projekt also am Freitag rein mit einem Livestream. Ich lade dich herzlich ein dabei zu sein und dann kommen Samstag und Sonntag dann Videos. Und dann kommt noch ein zusätzlicher Stream am Sonntag. Und zwar ist da auf Server 4 ein Serverritt gegen Cybermobbing. Die Happy Leopard, Plantino Singers und Summer Hearts laden jeden ganz herzlich ein, übrigens bei dem Ritt dabei zu sein. Also wenn du Lust hast, dann komm einfach am 5. März um 18.45 Uhr mit deinem Lieblingspferd und Lieblingsoutfit zum Nilmas-Hochland beim Zirkuszelt. Bitte befestige irgendwo eine rote Schleife, wenn du eine hast, entweder am Zaunzeug oder am Schweif als Erkennungszeichen, dass du gegen Cybermobbing bist. Das Ganze werde ich streamen ab 18.45 Uhr ungefähr. Und auch Nicht-Starrider sind natürlich herzlich eingeladen. Sag das auch gerne in deinem Club weiter. Umso mehr dabei sind, umso cooler wird die ganze Aktion natürlich. Ja, was eine Woche. Ich habe einiges vor. Ich hoffe, für dich ist was dabei. Ich freue mich drauf und sag jetzt bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Deine Damakasch.